Verschiedene Kameraprobleme auf Reisen und typische Herausforderungen. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Verschiedene Kameraprobleme auf Reisen und typische Herausforderungen meistern. Eine Reise ist immer voller aufregender Momente, die man für die Ewigkeit festhalten möchte. Doch unterwegs treten oft unvorhergesehene technische Schwierigkeiten auf, die das perfekte Foto erschweren können. Ob mit einer professionellen Kamera oder dem Smartphone, unterwegs stößt man auf verschiedenste Herausforderungen, die den Genuss des Augenblicks trüben können. Dieser Essay beleuchtet die häufigsten Probleme beim Fotografieren auf Reisen und bietet Tipps, Tricks und Ideen, um diese Schwierigkeiten zu umgehen. Erst Problem. Akku- und Stromversorgung. Eine der größten Herausforderungen auf Reisen ist die begrenzte Akkulaufzeit. Gerade wenn du eine lange Wanderung in den Bergen machst oder auf einer Safari in der Wildnis bist, kann ein leerer Akku den gesamten Fotoplan zunichte machen. Besonders in abgelegenen Gebieten ist es schwierig, eine Steckdose zu finden oder ein Ladegerät zu nutzen. Das Verlangen nach dem perfekten Bild führt dazu, dass Akkus oft schneller leer sind als erwartet, insbesondere wenn man viele Funktionen wie GPS, Bildstabilisierung oder Blitz nutzt. Auch das permanente Wechseln der Linsen oder das ständige Anschauen von Aufnahmen nach der Aufnahme kann viel Energie verbrauchen. Tipps und Tricks. Es ist ratsam, mehrere Ersatzakkus mitzunehmen und diese vor der Reise vollständig aufzuladen. Ladegeräte mit Solarpanels bieten unterwegs oft eine verlässliche Stromquelle, insbesondere in sonnigen Regionen. Auch das Ausschalten von Funktionen wie GPS oder WLAN in der Kamera kann helfen, die Akkulaufzeit zu verlängern. 2. Herausforderung, extreme Wetterbedingungen Wetterbedingungen stellen eine weitere Herausforderung für die Fotografie auf Reisen dar. Ob starkes Sonnenlicht, hohe Luftfeuchtigkeit, Regen oder extreme Kälte, jedes dieser Elemente kann die Kamera in ihrer Leistung beeinträchtigen. Bei hohen Temperaturen kann es zu Überhitzung kommen, während extreme Kälte Akkus schnell entladen und die Elektronik beeinflussen kann. Feuchtigkeit und Nässe sind besonders heikel, da sie zu Schimmelbildung im Inneren der Linse und Sensorproblemen führen können. Tipps und Tricks Bei Regen empfiehlt es sich, die Kamera mit speziellen wasserfesten Hüllen zu schützen. Mikrofasertücher helfen, das Objektiv trocken und sauber zu halten. In kalten Regionen ist es sinnvoll, Akkus möglichst nah am Körper zu tragen, um sie durch Körperwärme länger betriebsbereit zu halten. Der Einsatz von UV-Filtern hilft zudem, in besonders heißen Regionen das Bildrauschen durch Sonnenlicht zu reduzieren. 3. Schwierigkeit Staub, Sand und Schmutz Staub und Schmutzpartikel sind ein häufiger Begleiter bei Outdoor-Aktivitäten und beeinflussen oft die Qualität der Aufnahmen. Besonders in Wüstengebieten oder am Strand ist die Gefahr groß, dass winzige Partikel in das Kameragehäuse eindringen und das Objektiv oder den Sensor verschmutzen. Sandkörner können sogar die Mechanik der Kamera beschädigen und zu kostspieligen Reparaturen führen. Tipps und Tricks Staubdichte Schutzhüllen und regelmäßiges Reinigen der Kamera mit einem Blasebalk oder speziellen Reinigungstüchern können den Schutz deutlich erhöhen. Es lohnt sich auch, das Objektiv nur dann zu wechseln, wenn die Bedingungen wirklich optimal sind. Eine Plastiktüte oder ein wasserfester Beutel können kurzfristig helfen, die Kamera bei einem plötzlichen Windstoß zu schützen. 4. Problem Lichtverhältnisse und Belichtung Eines der größten Probleme beim Fotografieren auf Reisen ist die unvorhersehbare Beleuchtung. Ob blendendes Sonnenlicht zur Mittagszeit, starke Schatten in engen Gassen, oder schwaches Licht in Museen und Kirchen, all das erschwert die Belichtung und beeinflusst die Bildqualität. Auch die blaue Stunde oder der Sonnenuntergang sind oft schwierige Lichtverhältnisse, die ohne das richtige Equipment zu unscharfen oder verrauschten Bildern führen können. Tipps und Tricks Um in verschiedenen Lichtverhältnissen beste Ergebnisse zu erzielen, ist es hilfreich, sich mit den manuellen Einstellungen der Kamera vertraut zu machen. Der Einsatz von Filtern wie ND-Filtern oder Polfiltern kann die Qualität des Lichts verbessern und die Farben intensivieren. Ein kleines Stativ kann zudem helfen, besonders bei schwachem Licht oder langen Belichtungszeiten, verwackelungsfreie Bilder zu schießen. 5. Herausforderung Menschenmengen und belebte Orte An beliebten Reisezielen kann es eine Herausforderung sein, klare und ungestörte Bilder zu machen. Touristenströme, dichtes Gedränge und überfüllte Straßen machen es schwer, das perfekte Bild ohne störende Elemente im Hintergrund aufzunehmen. Besonders an Sehenswürdigkeiten sind oft viele Menschen unterwegs, was es beinahe unmöglich macht, die Atmosphäre eines Ortes authentisch einzufangen. Tipps und Tricks Um den Menschenmassen zu entgehen, ist es oft hilfreich, frühe Morgenstunden oder späte Abendstunden für Aufnahmen zu nutzen. Auch der Einsatz eines Teleobjektivs oder die bewusste Wahl eines erhöhten Standpunkts können helfen, eine ungewöhnliche Perspektive zu schaffen und Menschen aus dem Bild zu halten. Alternativ lassen sich Menschen auch bewusst als Gestaltungselement einbinden, um die Dynamik und Lebendigkeit des Ortes wiederzuspiegeln. 6. Problem Sicherheitsaspekte und Diebstahlschutz In fremden Ländern besteht oft die Gefahr, dass Kameraequipment gestohlen wird. Hochwertige Ausrüstung zieht potenzielle Diebe an und an touristischen Hotspots ist die Gefahr besonders groß. Auch unvorsichtige Momente, in denen man die Kamera für kurze Zeit unbeaufsichtigt lässt, können schnell zur Falle werden. Tipps und Tricks Es ist ratsam, nur das Nötigste an Equipment mitzunehmen und die Kamera nicht zu auffällig zu tragen. Unauffällige Kamerataschen und das Anbringen von Sicherheitsriemen können helfen, das Risiko zu minimieren. In Hotels sollte die Kamera im Safe aufbewahrt oder in verschließbaren Schränken gesichert werden. Besonders in überfüllten Verkehrsmitteln oder an belebten Orten sollte die Kamera stets im Blick bleiben. 7. Herausforderung Technische Probleme und Bedienungsfehler Vor allem bei ungewohnter Technik können Bedienungsfehler und technische Probleme auftreten. Neue Kameras und Einstellungen erfordern Übung und oft werden wertvolle Momente verpasst, weil die richtige Einstellung nicht sofort gefunden wird. Auch Softwarefehler oder fehlende Speicherplatzwarnungen können für Frust sorgen und dazu führen, dass Bilder verloren gehen oder gar nicht erst aufgenommen werden. Tipps und Tricks Vor einer Reise lohnt es sich, sich intensiv mit der Kamera und ihren Einstellungen vertraut zu machen. Es ist ratsam, die wichtigsten Funktionen im Vorfeld zu üben und sich gegebenenfalls Tutorials oder Handbücher anzusehen. Ein zusätzlicher Speicherkartenhalter oder eine externe Festplatte zur Sicherung der Fotos kann ebenfalls helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden. 8. Problem Transport und Platzmangel Kamerazubehör nimmt oft viel Platz im Gepäck ein, was auf Reisen eine Herausforderung darstellt. Speziell bei Flugreisen oder längeren Wanderungen stellt sich die Frage, wie man alles Notwendige dabei haben kann, ohne dass das Equipment zur Belastung wird. Schweres Zubehör wie Stative, mehrere Objektive und Blitzgeräte können den Komfort einschränken und die Beweglichkeit erschweren. Tipps und Tricks Leichte und kompakte Alternativen wie ein kompaktes Reisestativ oder Wechselobjektive mit variabler Brennweite können den Transport erleichtern. Es empfiehlt sich, eine gut gepolsterte und dennoch leichte Tasche zu wählen, die genügend Schutz bietet, aber gleichzeitig nicht zu sperrig ist. Auch die Organisation des Equipments ist wichtig, damit man schnell auf alles zugreifen kann, ohne lange suchen zu müssen. Auf Reisen tauchen oft unerwartete Herausforderungen und Probleme auf, die es zu bewältigen gilt. Mehr im Buch Roadtrip in Europa, Reisen mit dem Auto innerhalb der EU, Citytrips, Camping, Landschaft, Rundfahrt mit dem Pkw, romantische Städte und Urlaubsinspiration. Und kreativ fotografieren und filmen mit dem Smartphone für Fotos und Videos, Smartphone-Fotografie, Profitipps mit dem Handy für Freizeit, Hobby und Business auf Amazon und auf www.marcusflicker.com. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert. und Bewertung und Bewertung